So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück, beziehungsweise ich bin zurück und ja, ich soll die Hände hochnehmen, haben wir gerade gesagt. Komm, böser, böser, ähm, ja, ich werde jetzt gerade überfallen hier. Hände hoch. Ich bin ja jetzt im PvP-Bereich und deswegen, jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich tot gleich, ne, glaube ich. Ich darf auch. Hallo. Hallo. Oh, Munition. Keine Munition. Nein, Quatsch. Ich habe nicht gesagt. Ist doch bloß der Dicke. Vor allem bloß, ne? Bloß der Dicke, Leute. Jo, der Dicke ist auch mit dabei. Moin. Ja, ich habe schon wieder Hunger, ey. Ich bin eingeladen hier. Ich habe In-Game-Hunger, ich habe im Real-Game. Ach, lol, Real-Game. Wir hatten das nicht mehr, dass ich im Real-Game-Hunger habe. So, also Messer habe ich noch. Um die Zunge muss ich erst suchen. Weißt du, was du mal machen kannst? Was denn? Alter, vier drinnen war es. Ah, ich habe ja noch Messer. Alter, vier? Ja, ne, ne, nicht alle. Ich muss erst mal was essen. Wie sieht es bei dir denn aus mit Essen? Halbvoll. Halbvoll? Noch nicht gelb? Nein, das ist halbvoll. Gelb. Gelb ist Medium. Oh, Baseballschläger. Hier hinten gibt es irgendwelche kranken Menschen wieder. Kranke Menschen. Welche Psychopathen. So. Willst du einen Rest aufessen? Halt, ich komme runter. Ich gebe dir mal die Reste. Das ist aber nicht von dir. Ich weiß ja nicht, wie lange es haltbar ist. Und dann gucken wir gleich mal an die Police. Tür ist zu. Vielleicht war ja noch keiner da. Ja, weil der Zombie, irgendwo rechts oben ist ein Zombie, ne? Der packt da rum, oder? Oh, ja. Wird schon zwei Cops getötet hier, ne? Die Police. Ja. Getötet kann ich dazu nicht sein. Ich glaube, ich habe sie eher befreit. Ruck. Schon mal gut, dass die ganzen Türen zu sind. Ach so, brauchst du einen großen Rucksack noch? Nö. Ich weiß ja, es ist ja. Zum Lut nehme ich den nachher in die Hand, falls es knapp werden sollte mit Lut. Ist hier überhaupt Lut? Ich habe noch nichts gefunden jetzt gerade. Hier geht es wieder raus. Ich habe eine Hose gefunden. Eine Polizeihose habe ich gefunden. Haben wir das schon immer. Eine Glock. Man kann natürlich noch nicht die ganzen... Also Waffen kann man noch nicht verkaufen. Wir werden erstmal alles einbungern. Oh. Noch mal hoch hier. Das ist eine Hose. Oh, schön. Das ist eine Hose. Ich habe gerade umgezogen. Ich habe tatsächlich meine alte Hose weggeworfen, ohne die Feuerwehr zu machen. Da liegt aber doch... Ein Handfunkgerät kann man auch kaufen übrigens. Jetzt brauche ich ja nur noch eine Batterie. Ein 9-Volt-Block. Kann man später mal eine Mission machen. Mach ich schon mal. 9 Volt. Genau. 9 Volt-Block. Ich habe das richtige Geldes gefunden. Mein Block. Was hast du denn schon wieder gefunden? Mal kurz... Da gehörst du auch rein. Du in den Knast. Hau ab. Hau ab. Nee, nee. Ich weiß nicht, wie man sich befreit. Passo. Ist doch egal. Ist doch egal. Ich glaube, linksklick oder mit der Maus hin und her. Irgendwie war da sowas, wie man sich befreit. Das war bei anderen Spielen so gewesen. Das stimmt, ja. Hier ist überhaupt kein Loot. Wo sind die ganzen Waffen hier? Ich hatte eine M-Lock davon. Dann habe ich auch gerade gehabt. Und sogar noch Polizei-Jäckchen. Wo sind denn hier die halbautomatischen? Ach, automatisch. Ich gehe mal aufs Dach. Vielleicht liegt da ja ein bisschen Loot. Da liegt eine Jacke, ja. Toll. Polizei-Jäcke. Irgendwie sind die meisten Sachen... Oh, da sind Lampe mit drin. Angeschlagen. Und dann gleich mal gucken, ob ich da was verkaufen kann. Ach, da oben ist das Zombie. Mal kann ich diese Waffe nicht da. Und dann... Ich brauche noch eine Weste, ey. Das ist irgendwie später mal zum Militär. Warst du jetzt eigentlich schon mal Militär-Räder? Das ist ganz klein, ist das. Nicht großartig, was. Und da warst du schon oder war nix, oder? Ja, komm. Ihr könnt ja mal erzählen, was da ist. Also wenn es das... Ja, wenn da nix ist, dann wollen wir ja nicht da hin. Aber pass auf. Hier vorne links. Warst du da, Panzer zu stehen? Hey, vorne links hast du einen Panzer zu stehen. Da oben. Moment. Achso, der blöde Zombie da oben. Das ist egal. Ach, der Panzer. Ja, ja, ja. Der Panzer. Hier hast du einen kleinen Außenposten. Warte mal, was fliegt denn in deiner Luft? Ah, das ist ein Zombie. Ja, den habe ich von knapp tot gemacht. Ja, und... Hier hast du so einen kleinen militärischen Außenposten. Komm mal, hier links sind ja Baracken drin. Lass uns da mal hingehen zum Zelt. Warst du doch noch nicht. Hab ich gerade gar nicht gesehen vorhin, ne? Oh, ja, wir schnell Loot klauen hier. Das ist gar nix. Doch, hier haben wir was. Auto... Auto... Zielfernrohr. Nimm mal mit. Wo hast du da? Muldigung, nimm mal mit. Also wirklich dieses... Ja... Jetzt zeig ich mir, was ich jetzt... Du hast die Säge... Jetzt habe ich die Säge vergessen. Nein! Oh, die sind auch Bretter. Na ja, egal. Vorne noch ein kleines Zelt vorne. Also ich weiß nicht so viel gewesen. Oh, da hast du eben ein bisschen was gehabt, aber... Küchenmesser. Nice. Also wird auf jeden Fall besser beschrieben, als es eigentlich ist, ne? Natürlich, ne? Guck mal, hier haben wir ein paar Stiefel drauf. A Stumpenstiefel. Anzugjacke. Ja, ich brauche ja so bestimmt Schuhe. Genau, meine sind ja beschädigt. Da kann ich sogar Messer ranklatschen. Aber ich glaube, nicht das Küchenmesser, ne? Doch, geht auch. Das Küchenmesser. Nice. Das Kratzen ist auf jeden Fall, ne? Würde ich sagen. Anzugjacke. 30. Brauchst du eine Anzugjacke? Nö. Nö. Ich habe meine Bekleidung richtig schön hier. So ein bisschen militärisch auszusehen, ne? Ich will gerade ein bisschen mitten nehmen. Hast du eigentlich noch Platz? Sonst mache ich das nämlich so, dass ich wieder einen Rucksack trage und dann packe ich die Klamotten ein. Ich habe Platz, ich habe Platz, ich habe Platz. Oder du klopfst die Zombies halt weg und ich nehme den Loot halt nur mit. Können wir machen. Wollen wir. Die Schiffe hast du getauscht, ja? Ja. Dass wir halt noch ein bisschen was sammeln und dann wieder zurück in die Hauptstadt gehen, da beim Trader und wieder was verkaufen. Die Hauptstadt beim Trader. Ach, der Barresino da hinten, ne? Ich weiß bloß noch nicht, was man da... Also man kann ja nicht viel verkaufen, ne? Beim Klamotten kann man ein bisschen verkaufen, aber, ja. Nicht so wirklich viel. Da im Haus rein? Ja. Nö, nö. Scheune, da haben wir schon reingeguckt. Ich habe noch ein Haus, da ist... Schuhe? Ja, nehmen wir mal mit. Plastikflasche ist immer gut. Beim Trader. Oh, einen Topf, einen Topf, noch einen Topf. Ich will jetzt zwei Schuhe noch einstecken, ja. Jo, ich hätte mal gucken sollen, ob man die verkaufen kann. Ich war ja schon zwei, drei Mal beim Trader. Na ja, sonst schauen wir noch mal nach. Auch von Zombies her ist er relativ noch ruhig, muss ich sagen, ne? Das geht, ne? Ein paar sind ja auch schon weg. Wundern auch schon weggekloppt. Ich habe überlegt, wo du bist. Irgendwo und nirgends. Ich bin einfach losgelaufen, ja? Ich gehe gerade auf der Kreuzung. Ich stecke gerade irgendwo im Haus. Ciao, hier, wie gerne looter Rucksack. Ah, ist auch bald voll. Kommen wir noch bald zum Trader. Du bist wo? Ja, ich komme auf der Straße. Ich bin jetzt beim Panzer, weiß noch, wo der ist. Ja. Da bist du. Hier kann man auch rein, oder was? Das ist bloß keine Loot hier. Guten Tag. So, hier ist glaube ich das Restaurant hier rechts. Hm, glaube ich gerade drüber. Wir sind in meiner Safe-Zone gewesen. Was sind die Klasse da mit da? Klamotten. Mitnehmen. Mit P-Tasse öffnest du das Händler-Menü. So, gibt es hier noch was? Nö. Warum Händler-Menü? Wo ist denn hier ein Händler? Da oben rechts drin. Ach, wenn du hier vor den Kursen Kohle-Automaten schießt. Oh, eine Waffe. Moment. Da kann man für fünf, äh, irgendwas zu trinken kaufen. Nur trinken, aber verkaufen kann man nix, ne? Nee, nur kaufen. Äh, hast du noch Platz für eine Waffe? Klar. Hier unten ist noch eine. Hier unten rechts. Du bist wieder raus aus dem Haus? Nee, hier zurück. Hier ins Haus rein. Und links rum. Nee. Jetzt hier rechts und dann, glaube ich, links rum. Müssen wir natürlich erst mal in der Basis, also ein Zelt einbungern, weil verkaufen kann man die derzeit noch nicht. Ja, mal die selbe Waffe. Es wird auch bald dunkel, ne? Kann sein. Da, das Feuer. Das dauert gar nicht mehr so lange. Oh, hier haben wir noch mal ins Haus gucken. Sportsonenbrille, ja, warum nicht mit Nick. So, du siehst gut damit aus. Strickenmütze. Oh, hier ist noch ein Magazin, nehmen wir auch mal mit. Naja, wegen Verkaufen, ne? Weil irgendwas verkaufen können, ne? So ein Pistolenmagazin. Brauchst du was für eine Pistole, ne? Ja, ja, reindrück ich, ja. Brauchst du, na? Beide mal zwölf für eine CR 75, so. Ne, das ist LR. Das ist LR. LR, okay. Lagerfeuer, achso, drei Beinen. Drei Beinen. So, was haben wir hier noch? Milchpulver, nehmen wir mit. Oh, gut. Da zum Trinken machen. MK Magazin, nehmen wir mit. So, den Generator habe ich gerade gefunden. Jo, den haben wir vorhin auch schon gehabt, ne? Ein paar Mal schon, irgendwie. Aber den tragen, natürlich, das dauert. Ach, hier waren wir schon. Man hat hier irgendwo feindliche Schüsse herkommen. Jo, bestimmt auf Zombies. Wo bist du denn jetzt? Na, Straße. Straße, sagt er. Ach, da bist du. Ich seh den nicht. Komm her, wenn du mich siehst. Oh. Da brauchen wir eigentlich nur geradeaus, ne? Dann gucken wir mal irgendwie über den Trader, wenn wir irgendwas verkaufen können. Ich glaube, wir müssen da lagen. Hier warst du doch vorhin schon drin, ne? Nein. Hier, okay. Da war ich ja nicht drin gewesen. Nein, hier. Oh, dann links ist der Zombie. Ja. Ah, da kommen wir gar nicht rein. Nee, hier rum. Kannst du schon mal den Zombie machen? Okay. Oder auch nicht. Hier ist auch noch ein Fass. Oh, hier ist ein gutes Fass. Ist aber auch abgenutzt. Da, wo Zombies down. Oh, die Schuhe sind so groß, die kriegen nicht mehr mit. Die Stiefel. Die Stiefel habe ich. Oh, nicht. Schon wieder ein Code-Lock. Code-Lock. Hast du noch Platz für den Code-Lock? Da ist Platz. Äh, warte. Was ist das denn? Möchte ich den jetzt in der Hand nehmen? Warum hat er den die ganze Zeit den Rucksack noch ange... Äh, weiß ich auch nicht. Okay, er hat sich alle. Ich nehme mit. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ich hätte den... Also den Rucksack habe ich direkt vom Inventar in die Hand genommen. Deswegen hat er mir den Rucksack noch meinen Inventar angezeigt. Weißt du? Meinen eigenen Rucksack. Und da habe ich gedacht, das ist schon voll. Aber ich bin mal... Ich bin doch blind, du. Du darfst doch keinen zeigen, du. Mann, 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 Mann. Da darfst du echt keinen zeigen, sowas. Kommst du da angerannt? Oh, hier ist... Zombie, wo bist du denn? Hörst du mir? Ich komme mal raus. Bring was mit. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ach, guck mal hier. Kannst du mal abnehmen gleich, oder... Vorsicht wegen Blut. Immer darauf achten, dass noch nicht Blut ist. Und wenn du Platz haben solltest, nimm den Rucksack noch mit. Du hast doch gerade ein Messer gehabt. Schleifstein, ja. Mitten in dem Verkaufen. Ein Schluck aus der Wasserflasche trinken. Joa. Arbeitshandschuhe. Meine ersten Handschuhe. Sehr schön. Hat er noch keine bis jetzt. Jetzt kann ich meinen Rucksack wegschmeißen. Ich muss mich auch gerade mal an Zombie kloppen. So. Der hat Geld. Fünf Rubel. Das ist doch auch nichts, oder? Ein guter Stunde, würde ich sagen. Immerhin, ne? Eine komische Schweizer-Maske. Ach, du klopst da hinten. Mal gucken, dann lassen wir nicht, dass du verblutet bist. Ich bin hier, einfach von dir aus links. Einfach quer durch den Schub nochmal durch. Eine Autobatterie. Die nehme ich auch mit, wenn die nicht zu groß ist. Oh, die ist so ein bisschen... Ich habe versucht schon fast mitzunehmen, aber das ist ja relativ sehr groß. Ja, das ist ein bisschen groß, ja. Den Helm. Ne, der ist auch zu groß. Oh, hier ist ein militärer Container, aber man kriegt den nicht auf. Schade. Nicht schlecht. Ach ja. Ich habe es aber nicht gegessen, aber was soll ich gerade... ...der nehmen. Oh, da hat mir mal was für Essen gedroppt hier, der Zombie. Oh. Okay, ich kann nichts mehr rausnehmen. Ja, jetzt. Muss ich die Waffe erst wegstecken? Kann ich das jetzt rüber oder muss ich das erst wieder in die Hand nehmen? Ich muss das echt jetzt in die Hand nehmen? Ich denke, der Bug ist behoben hier. Weiß. Ne, ich kann gar nichts mehr rausnehmen. Ich glaube, mein Spiel ist weg. Okay. Du hast gerade wo gestanden? Hä? Rucksack kann ich nehmen? Also ja. Hier ist Essen drin, du aus dem Zombie. Guck dir mal, was Essen rauskriegt bei deinem Zombie hier. Ich kriege es nicht rausgezogen, die Dose. Also bei mir hat er eine Dose drin, kriege ich aber nicht raus. Komisch. Für die auch nicht? Warte, warte, warte mal kurz. Die kriegst du so nicht raus. Ah, warte mal. Warte, verpackt wieder. Ah, geht nicht. Alles drin, den Scheiß. Egal. Dann lass mal hin zum Trader. Hab zwar noch ein bisschen Platz, aber man kann ja mal gucken, bevor man alles mitnimmt, man kann ja doch nicht so viel verkaufen. Kann man ja lieber erstmal gucken, was man überhaupt momentan verkaufen kann. Dann kannst du das meiste echt wieder wegschmeißen oder halt wieder, wir müssen das mitnehmen in die Base packen. Also ins Zelt. Zu Hause horten. Ich bin auch so beladen, mein Apfel ist schon wieder viertel, ist schon wieder gelb. Ich muss gleich wieder was essen. Aber beim Wasser, was ich gerade gegessen habe, das war ein bisschen schlecht gewesen. Muss das mal von kotzen. Mal vorhin ins rechte Plantage. Kann man Äpfel pflücken? Nee, ich glaube nicht. Das geht ja, glaube ich, nicht. Ach ja, Äpfel pflücken, um reich zu werden. Kennst du das auch noch? Nee, was? Äpfel pflücken? Ein anderes Game. Ach so. Äpfel pflückt, um reich zu werden. Okay. Ein altes. Ach so, alte, ja, das war lange her, du. Warte mal, ist ich überhaupt richtig hier? Ja, Trader ist rechts, ne? Bei mir wird nicht einer gezeigt, wo Trader ist. Ach so, hier ist er. Brauchst du mal weiterlaufen geradeaus? Die Dose hätte ich schon gerne mitgenommen. Eine habe ich noch. Man kann auch Essen kaufen hier mit dem Trader. Oh ja, wunderschönes Riesenrad. Kommt gerade verkannt von diesen. Mal hier kaufen. Oh, ihr kriegt ein Pullover. Ich weiß nicht, ich immer mal gucken, was ich verkaufen kann hier. Ich lebe steuern, weg damit. Das Messer behalte ich. Das kann weg. Ferndlas kann weg. Bisschen Kohle machen. Batterie und Funkgerät. Ach, eine Batterie hatte ich auch schon, okay. Taschenlampe weg damit. Gaslampe kann auch erstmal weg. Erstmal ein bisschen Geld machen hier. Der Topf kann weg. Auf jeden Fall Milchpulver verkaufe ich mal. Die Essen ist halt was von günstig. Gut, Beutel weg. Dosen. Kann man nur Essen kaufen. Nägel kosten hier 300. Das ist machbar. Das ist okay, muss ich sagen. Der war nicht so ganz so günstig. Shirt mit einem... Oh, das sieht geil aus. Der Pullover hier. Comicfigur. Also Comicfigur nicht drauf an. Oh, das habe ich vorhin gesehen gehabt. Oh, Bretter kann man auch verkaufen. Ich wollte doch irgendwas kaufen. Was wollte ich überhaupt kaufen? Kann man dir irgendwo Tränke kaufen bei dir? Ich kaufe nochmal ein Draht. Äh, musst du mal gucken. So, was haben wir denn hier noch, was ich noch loswerden kann? Das Seilen behalte ich. Ein Draht. Deswegen wollen wir nochmal wegen der Tür, ne? Okay, die hat sie mal. Habe ich da gerade eine Kiste? Ja, da. Da war doch gerade irgendwo eine Kiste. Wo habe ich die denn gesehen? Munitionskiste? Nein, nein. Das war so eine Schatzkiste. Wo ist die denn jetzt geblieben? So schnell gescrollt. Den Lagerplatz. Ah, hier. 2000. Okay. Stromgenerator. Du, den kannst du hier her schleppen. Wo hast du eingesehen? Da oben. Da, wo wir gerade waren, wo wir uns getroffen haben. Weißt du noch ungefähr, wo der ist? Du kriegst hier, du kriegst, da kriegst du tausend. Du kriegst tausend Rubel für das Ding. Dann hole ich mir einen. Du kannst dir ja gleich nochmal holen. Dann muss ich meine Lose Fisch essen, meine Bohnen essen und erstmal ein Stück Wasser trinken. Also tausend Rubel ist schon, ne? Den kannst du ja dann her schleppen. Das lohnt sich ja. Keine Entfernung. So, dann haben wir die Klamotten. Oh, hier. Der Pullover. Den habe ich gerade gefunden hier beim Trader und kriegst du direkt links ums 10. 10 Rubel für. Der Pullover. Weißt du, wer da drauf ist? Alf. Das ist ja mal geil. Ich wollte es noch nicht so sagen. Ich habe es auch gesehen, wer es ist. Aber ich finde es cool. Ah, ich verkaufe den. Soll ich den verkaufen? Oh, ich weiß nicht. Ach komm. Erstmal weg damit. Beim nächsten Mal ziehe ich ihn an. Dafür bekomme ich 0. Okay. Wer verkaufen für 0. So, dafür komme ich 4. Was habe ich denn noch hier? Die Standardsachen kann man dann, hoffe ich zumindest, loswerden. Was ist das denn noch? Polizeijacke. Ja, die kommt auch weg. Okay. Noch irgendwas Grün hinterlegt hier. Nee. Da den Hut. Das war es auch schon. Handschuhe brauche ich. Hast du schon Handschuhe? Nein. Bist du das gerade neben mir mit einem gelben Helm? Nein. Nein. Da steht ja ein anderer Spieler. So, Capri-Hose. Oh, komm weg damit. Verkaufen. Na, ich habe noch eine davon. Verkaufen. Das weg. Du, was du brauchst? Ich habe keine Kohle-Tabletten. Du musst jetzt aufpassen, dass ich meine Hose nicht verkaufe. Was meinst du gerade mit Tabletten? Kohle-Tabletten. Brauchst du? Ja, ich kaufe mal gerade welche. Kampfanzug-Hose werde ich mal kaufen. Ich werde das austauschen. Ich glaube, ich werde den Rucksack hier nicht los. Mal gucken. Ups. Hier vorne ist die Mutti. Pants los. Erst die erste Hilfe, Tante. Nee, Rucksacki. Hattest du auch nicht gesehen, Rucksacki, ne? Noch nicht. Ich bin ja bei der Klamottenalten hier. Kamente. Ich glaube, die wird man hier nicht los, ihr Rucksacki. Schuhe auch nicht. Hast du so einen Tool-Händler? Naja, hast aber irgendwie die Batterie. Moment. Muss ich nochmal gucken. Achso, hier war das ja. Achso, das kann ich auch verkaufen. Brauchst du das? Nee. Kräuterinstitutur? Nee. Mal gucken, die erste Hilfe bei Aktiv-Kon. Na, du brauchst halt unsere Tabletten, ja. Ich verkaufe das, ich glaube, das brauchst du nicht. In den Krankheiten, da kenne ich mich auch noch nicht so aus. So, man muss erst mal reinkommen hier. Da, das Messer hatten wir schon. Das hatte ich auch verkauft. Das Funk-Rät, hier war ich schon. Da, okay. Das habe ich ja auch schon verkauft. Seil-Draht brauchen wir ja. Okay. Was habe ich denn hier noch? Das kann man nicht verkaufen. Batterie kann man nicht verkaufen, anscheinend. Kleidung. Kann ich die Hose gleich verkaufen, aber erst mal muss ich umsortieren. So, dann kann ich alles andere, was ich denn noch habe, eigentlich entweder mitschleppen in die Base oder halt wegschmeißen. Nee, das war's. Mehr kann ich nicht verkaufen. Schade, Batterie leider auch nicht. Nimm mir mit. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein eigenes Auto. Helm kann ich auch nicht verkaufen. Okay, dann kommt das alles mit. T-Shirt können wir auch nicht loswerden. Rucksack damit auch erst mal wieder mit. Jo, dann würde ich sagen, das war's, ne? Na, mit dieser Folge. Ja, mein Life ist gleich runter. 30 Minuten sollten reichen. Oh, er kotzt schon wieder. Oh, oh, das ist nicht gut. So, wir sagen jetzt erst mal Tschüss, bis später. Na, wir müssen mal gucken, was wir mit dir machen, ne? Hast du... Äh, ja, müssen wir gleich mal gucken. Ja, klären wir gleich so. Vielleicht wird es auch sterben. Klar. Deshalb ja. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss. Und danke fürs Einschalten. Tschüss.